Die Freie Akademie der Künste in Hamburg e.V. ist eine gemeinnützige Künstlervereinigung. Diese wurde 1950 gegründet und umfasst heute die Sektionen Baukunst, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Literatur, Medien und Musik. Als einzige der Akademien der Künste verfügt sie über die Gruppe der fördernden Mitglieder. Ihr Präsident ist seit 2011 der Journalist, Literaturkritiker und Autor Ulrich Greiner. Vizepräsident ist Ulrich Schwarz, stellvertretender Geschäftsführer der Hamburgischen Architektenkammer und Professor für Architekturtheorie an der HafenCity Universität Hamburg. Anders als andere Akademien der Künste ist die Hamburger Freie Akademie der Künste nicht in der Landesverfassung verankert. Keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern ein privat getragener, eingetragener Verein Aufgaben. Die Hauptaufgaben der Akademie sind, wie es in ihrer Satzung heißt, die Volksbildung auf dem Gebiet der Künste zu fördern. Zu Fragen des geistigen und künstlerischen Lebens Stellung zu nehmen. Öffentliche Wirksamkeit zu entfalten und Freiheit und Anspruch der Kunst gegenüber Staat und Gesellschaft zu vertreten. Als Mittel hierzu dienen v. a. Die Durchführung öffentlicher kultureller Veranstaltungen, die Herausgabe von Publikationen, die Formulierung kulturpolitischer Statements, Hinweise und Ratschläge. Die Akademie ist aber ebenso ein Forum für den Austausch der Künstler untereinander und über die Grenzen der Disziplinen hinweg. Ihre Mitglieder sind Schriftsteller, Dichter, Komponisten, Musiker, Sänger, Maler, Bildhauer, Architekten, Schauspieler, Tänzer, Regisseure. Sie die Künstler bestimmen die Konzeption und bestreiten wesentlich die Veranstaltungen der Akademie. Ausstellungen, Konzerte, Diskussionsveranstaltungen, Vorträge, Werkstattgespräche, Lesungen. Ein strenges Zuwahlsystem sorgt für Qualität. Geschichte Erste Anstrengungen, nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg eine Akademie der Künste zu etablieren, gehen auf das Jahr 1948 zurück. Als Gründungsdatum gilt jedoch das Jahr 1950, in dem der Verein ins Vereinsregister eingetragen wurde. Gewichtige Gründungsmitglieder waren U.A. Rolf Italiana, Alfred Malau, Hans-Erich Nossack und Gustav Völzner. Als Initiator, Spiritus Rector und letztlich auch als Gründungspräsident fungierte jedoch der Autor Hans-Henny Jahn. Weitere Präsidenten waren Werner Hebebrandt, Wilhelm Mahler, Gottbeer Nissen, Armin Sandig.